Gucken wir uns an. Bruder, die Jungs, der und Avi, finde ich, Bruder, auch eigenes Stil für Newcomer. Also Delil ist ja schon, Delil war ja, ist ja schon etwas länger, ist ja schon etwas, ist ja schon etwas länger dabei. Aber Bruder, der ist ja zu mäßig. Er hat, glaube ich, eine kleine Pause gemacht. Jetzt ist er wieder gekommen mit Avi, Bruder. Ich schwöre, diesen Style, den die fahren, einschartig, Bruder. Geisteskrank. Ja, wallah. Da kommt diese Big Girl Oniky-Line, diese, oh, Bruder. Die war Spring Girl. Wir kommen aus NRW. Alle Feinde NRW. Big Girl, Merkez, Oniky. On Plakett, Riro drückt den RS, hängt, check mich auf Spott. Ich siff, siff, siff für Politik. Strada macht die Genial. Polizier hört mein Telefon. MBM, WMR, SISFA oder auf TM. Riro jumpt im Zigzag, da haben wir sie rennen. Aboukat guckt mich an und sagt zu mir Bienn, weil der Bullen nix hat. Alles war perfekt. Aus Strada, Emetlas und FedEx. Träumen vom RS. Die sind auch beide sehr krass, Bruder. Avi und Deli sind sehr krass Künstler, Bruder. Wallah, billah. Ich sagte ehrlich, ich habe von Deli schon früh ja diese Au Revoir und so. Ja, das waren krass. Habe ich schon gehört, ne? Der war für Autotune und so überweiter. Ja, du weißt, der ist jung, ne? Der ist jünger als wir. Also als du, der ist so alt wie du, denke ich. Ja, ungefähr. Und Bruder, auch Baba Jungs erstens, auch so sind das Baba Jungs, so weißt du, wie ich meine. Plus musikalisch auch. Bruder, die fahren erst einen Film, die machen den in Deutschland, den Film machen die gerade in Deutschland. Am besten so, weißt du? Genau. Und Brudas Baba, vor allem deren letzter Song war krank. Ja, ja, normal. Wie hieß der nochmal? Mit Avibo, ich habe den Namen vergessen, aber der war auch richtig krass. Diese Huck war richtig krass. Das ist der Effekt auch, ne? Die haben immer den Effekt. Das ist immer der gleiche, aber die setzen den so geil ein, immer dieses... Ich sitze im RS, im Mittwoch FedEx. Ich will kein Ausgeber, mein Backing im Pelles. Mach' hoote FedEx, gar nix ist Belech. Außer die Kugel, fri, rog und schießt den Scheref. Bu, bu, du bist kriminell. Kütjus, so kakt da. Lechen, ne, ne, minimet. Ich meine, er bas da. Zum KTDbitel. Weckte die Nummer A. Neu beste Medikel. Paradei, mein Chandal. Alles war perfekt. Aufstrahl, der Ermittler sind FedEx. Träumen vom RS. Katre sag, international vernetz. Ja, Mann! Bruder, der weiß genau, was der macht. Ich muss kurz dazu was sagen. Bis man sagt, schieß zum Bein, wenn er Bälle will. Bruder. Der weiß, Bruder, der macht die Effekte, der weiß... Tod ist geil, Bruder. Aber der hat doch alle selber, ne? Nein. Delil und Avi können beide produzieren. Ja, ja. Die können das beide, Bruder. Schon für Bari. Äh... Hä? Kommentar. Wie viele Kommentare? Mhm. Geh mal einmal rein in die Kommentare, Bayo. Nicht da, ich mein, äh, Dings. Like das mal, hast du geliked bei denen? Ach nicht. Genau, mach mal einen Kommentar da drunter. Ich meine, wie viele Kommentare du hast, Bruder? Schreib mal sehr stark oder so. Stark, Bruder. Ist ja nur Asolo, Bruder. Ist ja nur Asolo, Bruder. Ah, ja. 1-1. Stark. Okay. A2-1. A2-1.